hm mal sehen ob ich heute was finde oh ein geheimraum okay jetzt muss ich nur noch das gitter durchkriegen 1 2 3 ich hab oh ja jetzt komm ich durch eine hexe hier ist geschafft geheimtränke oh nein mir geht es schnell raus hier mir geht es ganz schlecht warum sind die ganz böse hey freund alles gut ich bin es ist doch keiner keiner da guck